Duchy, Frankreich, die Filmwelt trauert, der französische Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler Alain Delon, Der eiskalte Engel, Vier im roten Kreis, der Fall Serrano, ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Wie seine drei Kinder Alain Fabier, 30, Anoushka, 33, und Anthony, 59, am heutigen Sonntagmorgen in einer gemeinsamen Erklärung der Nachrichtenagentur AFP mitteilten, starb der legendäre französische Filmstar friedlich in seinem Haus in Duchy südlich von Paris. Die Familie bitte in diesem äußerst schmerzhaften Moment der Trauer, ihre Privatsphäre zu respektieren. Sie seien zutiefst betrübt, den Tod ihres Vaters bekannt geben zu müssen, erklärten Delons Kinder. Auch der Hund des Schauspielers, Lubo, sei untröstlich. Ihr Vater sei im Kreise seiner drei Kinder und seiner Familie friedlich eingeschlafen. Ihren Angaben zufolge starb der Schauspieler sehr früh mitten in der Nacht. Der Schauspieler Alain Delon war schwer krank. Der Schauspieler war nach mehreren Schlaganfällen schwer krank. Seit Monaten lieferten sich seine drei Kinder einen heftigen Streit darüber, wo und wie ihr Vater behandelt werden soll. Zuletzt wurde Delons rechtliche Betreuung, die bislang vor allem für medizinische Entscheidungen zuständig war, auch auf seine Geldangelegenheiten ausgeweitet. Alain Delon war in den 60er und 70er Jahren durch Filme wie der Swimmingpool mit Romy Schneider und Borsalino mit Jean-Paul Belmondo und der Leopard von Lucino Visconti berühmt geworden. 2019 wurde er beim Festival in Cannes mit der goldenen Palme für sein Lebenswerk geehrt. 2019 wurde er beim Festival in Cannes mit der goldenen Palme für sein Lebenswerk geehrt. 2015 wurde er beim Festival in Cannes mit der goldenen Palme für sein Lebenswerk diugeής